Gepriesen Und sie bestimme, sich deinen Lobpreis und deinem Gedenken hinzugeben. Da du sie schmücktest mit der Zier des von dir vorgeschriebenen Fastens, so schmücke sie durch deine Gnade und großmütige Gunst auch mit deiner Annahme. Denn der Menschentaten hängen alle von deinem Wohlgefallen ab und sind bedingt durch dein Geheiß. Gepriesen Alle Herrschaft ist dein, du Vater des Geistes. Und von denen dein Freund ausruft, Preis sei dir, o Vielgeliebter. O Gott! Dein Zweig und alle deine Gefährten haben heute ihr Fasten beendet, dass sie in ihrem Eifer, dir zu gefallen, im Bereiche deines Hofes hielt. Verordne du ihm, ihnen und allen, die in diesen Tagen in deine Gegenwart gelangten, all das Gute, das du in deinem Buche bestimmt hast. Versorge sie als dann mit dem, was ihnen in diesem und im jenseitigen Leben Nutzen bringt. Du bist wahrhaftig, der Allwissende, der Allweise. Baha'u'llah 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 Baha'u'llah